Aus der Schreibforschung wissen wir, dass Feedback ganz zentral ist, um unsere Texte zu verbessern, aber auch, um uns nachhaltig zu besseren Schreibenden zu machen. Feedback sollte aber nicht erst dann gegeben werden, wenn der Text sowieso schon abgegeben und benotet ist, sondern am besten immer wieder auch zwischendurch während des Schreibprozesses. Und genau hier können KI-Tools wieder zu unseren persönlichen Assistenten werden. In der Schreibdidaktik unterscheidet man zwischen Higher und Lower Order Concerns. Higher Order Concerns sind, wie der Name das schon sagt, Dinge, um die man sich zuerst kümmern sollte. Das sind die Inhalte des Textes, die Fragen nach der thematischen Entwicklung oder die Leserführung. Lower Order Concerns wie Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik und Stil sollten erst ganz am Ende bearbeitet werden, wenn der Text ansonsten schon steht. Für beide Aspekte können wir von der KI Feedback bekommen, bzw. sie kann uns dabei unterstützen. Zum Beispiel können wir unsere Einleitung in ein textgenerierendes Tool wie ChatGPT kopieren und ChatGPT um Feedback zum Aufbau der Einleitung bitten. Wir können aber auch darum bitten, dass ChatGPT uns beim Schärfen der Argumente hilft, Widersprüche in unserer Argumentation aufzeigt oder uns ein Feedback zur Textverständlichkeit gibt. Die finale Version unseres Textes können wir dann ebenfalls in ChatGPT und Co. kopieren und darum bitten, Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und Grammatikfehler zu überarbeiten. Das ist besonders dann hilfreich, wenn wir nicht in unserer Muttersprache schreiben. Da lässt sich dann zum Beispiel auch DeepL Write einsetzen oder speziell für englische Texte ProWritingAid mit einem sehr breiten Funktionsspektrum von Stil bis zum Aufzeigen von einem zu häufigen Gebrauch einzelner Wörter oder Phrasen. Die KI übernimmt damit also das Endlektorat unserer Arbeit und verpasst ihr damit den letzten Schliff.